Sie sind auf der Suche nach Erklärvideos zu den Themen Prozessmanagement, Lean-Management und den damit im Zusammenhang stehenden Themen wie Unternehmenskultur, Kennzahlen, Strategie, Zielentfaltung oder Risikomanagement? Sie wollen diese Themen nicht nur trocken erklärt bekommen, wie in den diversen Fachbüchern, sondern eine gute Veranschaulichung mit ganz, ganz vielen Beispielen aus der Praxis? Sie suchen Tipps für die Umsetzung im eigenen Unternehmen? Dann sind Sie hier genau richtig. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Dieses Video soll ein Kompass zu meinem Kanal um den Themen Prozess und Lean-Management sein. Und weil es dabei immer um Berührungspunkte zu anderen Themen wie Strategie, Mitarbeiter, Digitalisierung oder Risikomanagement gibt, finden Sie natürlich auch ganz viele spannende Videos genau zu diesen Berührungsthemen. Meine Empfehlung, starten Sie doch mal mit diesem Video. Da habe ich in einem Schaubild ganz ausführlich dargestellt, wie Prozessmanagement, Mitarbeiterführung, Strategie und Digitalisierung zusammenhängen. Das schafft einen super Überblick und vor allem einen kinderleichten Einstieg. Ach, habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich regelmäßig neue Videos hier bei YouTube hochlade? Sie sehen es ja auch hier im Titelbild meines Kanals. Jede Woche ein neues Video. Damit Sie immer am Laufenden bleiben und kein Video verpassen, sollten Sie jetzt schnell den Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Denn sonst entgeht Ihnen vielleicht genau dieses Video durch die Lappen, was Sie bisher immer auf YouTube gesucht haben. Und das wäre ja ziemlich ärgerlich. Also, Kanal abonnieren und Glöckchen drücken. Was können Sie von den Videos erwarten? Meine Videos dauern immer so um die 10 bis 15 Minuten. Das ist eine Länge, bei der man ein Thema gut erklären kann, aber es sich nicht auch allzu sehr in die Länge zieht. Also knackig und präzise. Trotzdem nehme ich mir die Zeit, anhand von vielen Praxisbeispielen alles zu verdeutlichen. Als Unternehmensberater habe ich ja schon relativ viel gesehen. Viel Positives, aber auch genügend Dinge, die mir wirklich zu denken gegeben haben. Und an diesem Erfahrungsschatz möchte ich Sie teilhaben lassen. Dieser Erfahrungsschatz steht nämlich in keinem Buch, den finden Sie nur hier auf meinem Kanal. Wenn Sie konkrete Vorschläge machen, wie man mit einer Software ein bestimmtes Problem in Prozessen lösen kann oder auch etwas allgemeiner gesprochen sein Unternehmen bei der Digitalisierung voranbringt, dann zeige ich das natürlich in meinen Videos direkt am Bildschirm mit Screen Recording. Damit Sie sehen, wie das genau funktioniert, denn erzählen kann man immer bekanntlich viel. Ich möchte Ihnen da wirklich Bildungen zeigen. Ein Beispiel eines solchen Videos, nämlich wie man vom Prozess zum Workflow samt Prozessdaten kommt, finden Sie hier in diesem Video. Schauen Sie ruhig mal rein, das ist super spannend. Ansonsten habe ich meine Videos in Playlisten organisiert, die so ziemlich alles im Bereich Prozess und E-Mail abdecken. Übrigens können Sie meine Videos auch ohne Ton gut ansehen, weil ich großen Wert auf vernünftige Untertitel lege. Sollten Sie mal eine konkrete Frage haben, dann schreiben Sie Ihre Frage gerne in die Kommentare rein. Ich greife das regelmäßig auf und dann gibt es auch oft eine ganz spannende Diskussion oder ich mache sogar ein Video und beantworte dann Ihre Frage. Kontakt mit mir bekommen Sie über mein Kontaktformular auf meinem Blog beziehungsweise finden mich in nahezu allen sozialen Netzwerken. Die Links sind natürlich hier unten in der Videobeschreibung. draufklicken und Sie kommen direkt zu meinen entsprechenden Profilen. Genug geredet, hier geht es weiter zur Playlist zum Thema Mitarbeiterführung und Leadership sowie ein bisschen was zum Schmunzeln mit meinen 10 ultimativen Tipps, wie Sie jeden Prozessmanagement-Ansatz zum Scheitern bekommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Wir sehen uns im nächsten Video.